Moin und herzlich willkommen wieder im Mehrspiel der Strategie Command Erster Weltkrieg gegen den Gefährten von Shoiforce. Und mal sehen, die russische Moral. Ich bin langsam immer kaputter. Und das gilt auch für die Feststellungsbesatzung von Trien, die aber immer noch ein paar Schläge einsteckt. Und jetzt auch fällt. So, die Serven ziehen sich endlich mal ein Stück zurück. Düsseldorf können die Angriffe abwehren hier. Die Franzosen kommen hier und da natürlich mal ein bisschen voran. Ach, können die Russen sich ja in der Ecke mal endlich zurückziehen. Die Nerven ganz schön. Na, die Front öffnet sich etwas im Osten. So kann man das vielleicht kurz zusammenfassen und man muss gucken, wie man das jetzt wieder gestopft kriegt. Okay, in der Abteilung ein Chor, das passt soweit. A-Ort haben den Besitzer gewechselt. Ja. So, was haben wir denn? Ah, drei deutsche Chors und ein österreichisches. Immerhin. Dann gehen wir erstmal wieder hier drüben an, wo sich jetzt nicht viel getan hat. Kann man natürlich als Möglichkeit sehen, hier ein bisschen anzugreifen. Gut, der Kevin noch einen, aber hat keinen Angriff. Ich meine, muss da jetzt nicht zwanghaft angreifen. Wobei, das kann man gerne noch machen. Den Briten einfach ein bisschen Schaden gemacht. Das ist soweit schon in Ordnung. Und das Chor, bis die das wieder hier hinten hinkriegen, dauert ja schon ziemlich lange. So, dann haben wir euch. Asra hat wieder etwas mehr Versorgung, weil es jetzt diesem Zug nicht belagert wurde. Wenn nicht zwei Feinde dran standen. So, und dann können wir uns ja auch hier ernähren. Ja, ich glaube, die 1-1 können wir ruhig machen. Die Hoffnung, dass unsere Reiter sich hier auf Dauer durchsetzen. Ah, und hier oben, die Einheit hat überlebt. Dann sehe ich auch schon mal eine gute Nachricht. Problem, wenn man da hin zieht. Ah, man kann sich nicht mehr verschanzen. Na, der wird dann von allem abgeschnitten und deutlich schwächer. Aber ob eine Abteilung das überlebt? So, müsste ja eigentlich auch ziemlich mies sein. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass wir hier keine 6 haben. Das zählt irgendwie durch diesen Ort, durch der uns aber nicht gehört. Ja, man könnte es einfach mal maskieren und schauen, was passiert. Kurz da hin auf, dann... Man wird immer noch keine 6, naja. Gut, und schauen mal, was passiert. Dann sind wir hier drüben. Ah, und dieses eigentlich hier rein verschaffte serbische Chor können wir sogar angreifen. Ah, zur Mine kommt da keiner mehr. Äh... Ja, dann Frage, oder du gehst mal rein von hinten. Du drückst hier noch. Und zwar, ich meine, wir können hier noch schicke Angriffe machen. Einfach die Serben weiter schwächen. Und du könntest noch hier rein, dass wir so ein bisschen eine Landverbindung aufbauen. Das ist jetzt schon mal ein sehr schöner Erfolg. Ich bin geneigt, in gewisser Weise jetzt hier mit den Österreichern nachzusetzen. Andererseits bräuchte man hier in diesem ganzen Abschnitt mal ein paar neue Truppen. Und dann schauen wir vielleicht erst mal hier drüben, wie es hier so läuft. Ich finde jetzt zum Beispiel Minsk. Immer noch nicht so richtig erobern. Oder auch doch. Das ist gut. Kannst du erst mal zurück zum HQ und dich da demnächst heilen. Äh... Ihr verschanzt euch hier erst mal. Das hat sich total gelohnt. Sonst bleiben wir erst mal hier und schauen, wie sehr die russische Moral absackt. Ist ja nicht mehr zu viel davon übrig. Ihr könnt auch noch eine Runde warten, bis der keine Versorgung mehr hat. Ansonsten tauschen wir hier noch mal ein bisschen drauf, wo es liegt. Das lohnt sich nicht. Aber jedes bisschen Schaden kostet ja auch ein wenig Moral. Wo haben wir hier Gelegenheiten? Zum Beispiel den angehen. Die Artillerie hat alles getan, was sie konnte. Ja, wenn man jetzt das Core da reinzieht, das geht doch wahrscheinlich drauf auf Dauer. Ja gut, aber man könnte halt dem HQ den Treffer verpassen. Das sollte man jetzt auch nicht vernachlässigen. Weil viel zum Beispiel auch von der Versorgung wird hier drüben nur noch von den Hauptquartieren zusammengehalten. Also ganz optimal ist das inzwischen eh nicht mehr. Na komm, geh mal rein und... Er war eh schon angeschlagen, okay. Hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, hier haben wir noch... Aber noch den ein bisschen zu beschützen, können wir hier noch unsere 2-2s mitnehmen. Wie zum Teil aber nicht ganz wie 2-2s ausgehen leider. Ah, zieht sich zurück, auch gut. Setzen wir hier nochmal nach. Dann ist der auch halbwegs sicher. Tja, was machen wir hier? Können wir die einkesseln? Kommst du mal bis hier hin und du könntest hier dicht machen. Dann werden die gekesselt, das wäre an sich schon mal interessant. Ich mein, den Ort können wir zur Not aufgeben und hier ein bisschen zurückschieben. Das hat sich ja total gelohnt, das Hauptquartier anzugreifen. Können wir sogar noch in die Verschanzung zurück. Naja, um deinen Lebenschancen etwas zu erhöhen. Warum nicht, dann werden die für den Moment gekesselt. Trotzdem, es könnte einiges hier überall Ärger geben. Du, uns vielleicht hier durchziehen. Den Ort zurückholen und wieder zurückdrängen. So, stehst hier ein bisschen unschön. Mal heute noch einen Treffer verpassen und dann hier irgendwo lang gehen. Mh, dieser Reiter ist ein bisschen das Problem. Leider nicht dran. Muss natürlich auch irgendwie auf diesen Ort aufpassen. Gehst du meinetwegen mal einen Ort zurück. Ja, der kann hier ein bisschen durchlaufen und Ärger machen. Oder wir bewachen zumindest diesen Ort. Kann zwar sein, dass der Ort dann fällt, aber okay. Heißt drum, dann kriegen sie vielleicht den Ort und der Reiter macht ein bisschen Ärger. Aber Russland insgesamt ist schon so gering, selbst wenn das hier noch ein bisschen unschön verlauft in den nächsten Zügen. Sollten die trotzdem bald zu schlagen sein. Die sind erstmal gekesselt und werden nicht ganz so viel machen können. Und die wühlen sich hier schon durch von allen Seiten. Vielleicht mal verstärken, dass wir irgendwann demnächst zusammenbrechen. So, wir haben zwei Abteilungen drüber. Die könnte man zur Not auch noch irgendwo hinschicken. Wie sieht es hier aus? Das hält das hier. Ja, die italienischen Einheiten sind zu Teil gerade wahnsinnig schwach. Vielleicht der Zeitpunkt, um sich hier halbwegs zu verschanzen. Ich werde noch ein neunt Österreicher, dann gehst du nach Innsbruck. In der Hoffnung, dass das hier jetzt langsamer alles irgendwie hält. Tja, ich meine, wenn das zumindest optisch erstmal hält und das hier vielleicht nicht zu gefährlich ist, könnte man hier wirklich versuchen, den Serben nachzusetzen und vielleicht auch die deutsche Einheit hier mal wieder weg zu schicken. Kann man an der Westfront gerade sehr gut benötigen. Na, verschanzen wir uns ruhig erstmal. Wir werden noch nicht gleich zu offensiv werden. Gerade wo die Zahlen nun meistens noch eher überschaubar sind. Dann geht man eh nicht klein mit nur einem Angriff. Wir gehen einfach erstmal ein bisschen näher ran. Wir gehen theoretisch auch noch ein Chor und Abteilung über. Könnte man noch notfalls, die man noch notfalls verlegen könnte. Wir könnten zum Beispiel dieses Chor dann doch noch hier drüben hinlegen, dass der Reiter da nicht so viel machen kann. Und diese Einheit kann hier auch erstmal hier drüben irgendwo mit hin. Hier vielleicht ein bisschen mehr Front, Tiefe, Breite. Kann eigentlich keiner vorbeigehen. Na gut, und wir haben noch eine Abteilung auf Reserve. Das ist schon gut. Wir halten das, tja, Westfront. Natürlich, Hauptquartier an der Front ist, das ist immer ein bisschen blöd. Wir können den kaum angreifen, weil der aus dem Metz natürlich möglichst keinen Schaden nehmen. Mit einem Geschoss kommen wir nicht weit. Die Artillerie müsste auch mal eigentlich verstärkt werden. Sonst verschanzen wir uns hier erstmal. Dann verstärken die Artillerie endlich. Mal wegen auch verstärkt, der ist zwar da nicht verschanzt, aber stehen eh nicht viele Gegner dran. Das wird denke ich schon passen. Du kannst dann mal hier vorrücken und die Linie hier zu machen. Ja, dann würde ich denke ich eigentlich auch Verstärkung. Na gut, so ein Luftschiff kann auch für die Flotte mal praktisch sein, zum Aufklären. Insgesamt die Verstärkung eigentlich da anpacken. Oder geht es noch ganz dringend irgendwo ein Chor? Aber eigentlich nicht. Die russischen Einheiten sollten langsam alles zusammenbrechen. Dann können wir hier schon mal anfangen, langsam eine zweite Linie aufzubauen. Weil du kannst noch ein Feld nähern. Es sieht doch schon mal gut aus und ich sehe wir haben gerade exakt 330 Punkte mit den Deutschen. Es gäbe zwar sicherlich auch viele, viele andere tolle Sachen, aber wir benötigen jetzt auch allmählich Artillerie. Möglichst viel davon, um am besten durchzubrechen. Was könntet ihr machen? Hier zum Beispiel steht noch ein Chor, das einfach nur aufpasst. Lauft mal Richtung Osten, vielleicht müsst ihr da irgendwo aufpassen, aber schauen wir alles dann in nächster Zeit. Und wie lange es noch dauert. 30 Prozent. Aber Minsk ist ja auch ein nationales Moralsee, das dürfte also deutlich absacken. So, und das U-Boot hier hat auch weiter einen ganz entspannten Tag. Rüstliche Flotte muss, denke ich, auch erstmal nichts weiter tun. Wenn wir ein bisschen schauen, äh, bis gleich, da will ich jetzt auch mal Artillerie Waffen 2 sehen. Deswegen maximiert mal eure Industrie, dass ihr eine kleine Forschungsrunde habt. Das Mann sind auf maximaler Forschung. Da will ich natürlich zum Beispiel das eine Chor zurückkaufen. Wann habt ihr die Artillerie? Vielleicht auch. Oder ihr spart auf die erste Artillerie. auch in Ordnung. Die haben das abgehört ja bald. Die historische Flotte macht auch nichts. Und dann bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie sehr es gerade läuft. an den allermeisten Fronten. Ah, Serbien dürfte jetzt arge Probleme haben. Russland eigentlich auch. Auch wenn es hier vielleicht in den nächsten Zügen nochmal leicht unangenehm werden könnte. Oh, dann denke ich mal, kann man den Zug beenden. Hm? Oh, der Gate ist ja keins mehr da. Die werden da schon, werden sie da schon halten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ganz ja zu notwendig da rein, dass das Bergwerk nicht unbewacht ist. Ich meine, klar geht da sofort drauf. Aber vielleicht verhindert er so gerade noch, dass es eingenommen wird. Gut, dann kann man denke ich den Zug beenden. Ah, das war nicht so heftig jetzt, aber wir sind hier schon in größeren Streikwellen. Okay, es wird vielleicht doch noch ein paar Züge dauern, aber ich denke nicht mehr zu lange. Es dreht zwei, ich meine irgendwas. Ja, dann kannst du ordentliche zahlen. Und an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bis denn. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020